Verkaufen Ich verkaufe, du verkaufst, er, sie, es verkauft, wir verkaufen, ihr verkauft, sie verkaufen. Fall Akkusativ Ich verkaufe etwas Substantiv Der Verkauf Imperativ Verkaufe nicht all deine Habseligkeiten Grammatik 1. Etwas verkaufen 2. Jemandem etwas verkaufen Ich habe gestern mein Auto verkauft. Willst du ihm wirklich dein Haus verkaufen? Ich kann dir mein Handy nicht verkaufen. Wang Ich bin wirklich dein Haus. Ich bin wirklich dein Haus. Sie hat deineَv rushe oder EgoedaP